Hallo Gute, wir sind jetzt hier im Nazi-Theater in Gelsenkirchen und hören einen Chor. Das war jetzt noch was ganz toll. Und ich kann wieder nicht ranziehen, weil ich wieder mit meiner Kamera höre, ne? Ich konnte aber mit der Kamera ranziehen. Verrückt. Verrückte Welt. Eben ziemlich schnell. Ähm, das war eben Stop in the Name of Love. Eine sehr kurze Version. Entschuldigung, dass ich das sage. Ja ne, das war innerhalb eines Netflix. Wir haben ja eben schon Baby Love gehört und andere Dinge von den Supremes. Mhm. Und davor auch Happy Day. Darf ich nur ganz was einwerfen, dass rechts neben, smarte Männer stehen im Frack und Zylinder. Links ist das, schwarz-links. Ja. Es ist Raining Men. Oh, es ist Raining Men. Kommt hier ein Klassiker. Wir wollen das Kommentar noch aufpassen. Wir werden jetzt kein Kommentar für den, der wir abgeben. Nein. Ich kann immer wenn ihr in keinem Meinung sagen. Wir geben nur bitte Kommentar. Ja. Aber wir dürfen euch das aber mal nicht. Aber ich höre jetzt nicht. Das kommt gerne an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020